Zu dieser Sitzung, wo wir jetzt drin sind. Ich möchte, dass ihr euch alle vorstellt, dass ihr tot seid. Und ihr sitzt alle im Batezimmer und wartet darauf, mit dem Medium zu arbeiten. Denn ihr sitzt da und wartet darauf, mit eurer Familie reden zu können. Also, wenn eure Familie durchkommt, dann antwortet auf eine Weise, stellt euch dabei vor, dass ihr im Batezimmer sitzt und mit ihnen reden wollt. Denn wenn ihr jetzt an Lebenstelle werdet und ihr würdet durch das Medium reden, dann würdet ihr doch auch nicht erwarten, dass eure Familie sagt, und ihr würdet nicht erwarten, dass sie sich freuen und dass sie sagen, Oh, schön, sie sind gekommen, um mir Hallo zu sagen. Würdet ihr das nicht? Und auch wenn jemand wirklich nicht mit euch reden wollte, dann würdet ihr zumindest erwarten, dass sie sagen, Oh ja, die kenne ich. Denn ihr wollt gerne eine Antwort, oder nicht? So, as we're working, please don't sit there and just go, Maybe. Also, wenn wir jetzt arbeiten, dann sitzt nicht nur da und sagt, Oh ja, vielleicht. Because one day, you know, you will be in the waiting room, waiting to come at all. And then the mediums will get their own back on you. Und dann wird das Medium euch helfen müssen. So, you're going to work with me? Also, Adek, ihr mit? Oh, goodness. So, you're going to work with me? Yes. Thank you. Okay. And as I'm starting to work, I'm very aware that I have a young gentleman with me. Und sie ist sich jetzt sehr bewusst davon, dass sie einen jungen Mann bei sich hat. And I know this young gentleman is telling me that he's passed very quickly, he was gone like that. Und dieser junge Mann, der ist sehr schnell gestorben und der ist ganz schnell rübergegangen. And I believe this young man actually passed in an accident. Und der ist in einen Unfall rübergegangen. And I know he's telling me that he was on a motorbike. And I know he's telling me that he passed very, very fast. Er erzählt ihr, dass er auf einem Motorrad war und dass er sehr, sehr schnell rübergegangen ist. I do feel that I'm in the line where Buddha is. And you would understand for me that this young man really did go very, very quickly. And you would understand for me that this young man loved his motorbike. Because I can see it and it's shining and he loved to keep it immaculate. Wenn ich sehe es und es scheint und er möchte gerne, dass man sich daran erinnert. And I know as he's talking to me here, this accident, he's saying, was not my fault. Und er sagt, dieser Unfall, das fand ich meine Schuld. And you know, a lot of young men on their motorbikes were reckless. But this young man wasn't. Und viele junge Männer, die fahren auch ein bisschen verantwortungslos, aber er nicht. He was very careful the way he drove. Er war sehr vorsichtig, so wie er gefahren ist. And I know as I come to you, he brings a lot of love. Und er bringt ganz viel Liebe. And I know he tells me, you miss him very much. Und ich weiß, er sagt mir, dass du ihn sehr vermisst. Und er ist sehr stolz, um nach vorne zu kommen zu können und dir da was er in Ahnung geben zu können. Und er hat mich immer auf dich gehört, wenn du mit ihm geredet hast. Because he's saying, sometimes you would talk to him, and it would go in one ear and out the other. And he smiles, and he is such a handsome young man. And I know he knew this. Because in a very nice way, I know this young man is really quite vain. Denn auf eine sehr nette Art ist dieser Mann sehr, ja, von sich überzeugt. And as I'm working with him here, he has an absolutely lovely sense of humor. Und er hat eine ganz wunderbare Art von Humor. And he tells me that humor is not gone. Und er sagt mir auch, dass dieser Humor nicht weg ist. Ja, das glaube ich. And I know he brings his humor around yourself. Und er bringt auch seinen Humor um dich herum. Because he tells me, if I go back to the early part of this year, He's saying to me, he was around you because you needed his humor. Und er war ja um dich herum, weil du sein Humor drauf bist. Because he tells me, you were very sad. Und er sagt, dass du sehr traurig warst. And he says, you know, you're aware he was there behind you. Und er sagt, du wusstest, dass er da hinter dir war. And he just tried to dry your tears. Und er wollte nur deine Tränen trocknen. And he very much wants you to know, he's around you and he loves you. And he talks to me about August. So I know that you would understand a birthday within the month of August. That's just because he says happy birthday. Und er sagt, dass du sehr überrascht bist, weil er diese Dinge nicht sich merkte, als er noch hier war. Und er sagt, dass er wirklich so gut warst. Und er war ganz speziell, was diese Sachen betrifft. Und er war ganz speziell, was diese Sachen betrifft. Und er hat es getragen, er selber hat es getragen. Okay, and I feel there's some significance with this necklace that he had. Und die waren sehr wichtig, diese. Ja. And I know he's bringing lots of memories to you. Und er bringt ganz viel Liebe zu dir. Oder er bringt Erfahrungen. And I know he brings lots of love to his family. Und Liebe zu deiner Familie. Und I'd really like to leave you with his love and his knowledge that he feels today you are happier than what you were at the beginning of the year. Und er ist sehr froh. So, you understand the young man and the message that I've given you. Kannst du das verstehen? Of course. Thank you. Dankeschön, dass du mit mir gearbeitet hast. Okay, where am I going? Wo bin ich jetzt hin? Right, I've got a gentleman with me. And I believe I'm coming to you, Michael, if that's all right. Also, da ist ein Mann und der möchte zu Michael. And as this gentleman moves forward, I'm very aware that he was really quite ill before he's gone over to the spirit world. Dieser Mann, der war ziemlich krank, bevor er übergegangen ist, in die erste Gewalt. Und I believe, as I'm connecting with him, I know I haven't got your father, but I know very much this gentleman is connected to your father. Das ist nicht dein Vater, aber der ist sehr verbunden mit deinem Vater. And I know he connects to you very strongly. Und der ist auch sehr stark zu dir verbunden. And as I'm working with him, I'm very aware that this gentleman was quite a, I would say, nicely built gentleman. Und wenn ich mit diesem Mann arbeite, dann möchte ich sagen, dass er sehr gut gebaut war. Because he's telling me he had a good body. Und er sagt, er hat einen guten Körper gehabt. And as I'm working with him, I know very much he played a very big part in your life. And I know his passing has caused a big hole within your existence. Und dass er rübergegangen ist, das hat ein sehr großes Loch in deiner Existenz verursacht. Because I really do believe that this gentleman was very much a father to you. Und dieser Herr, der war sehr ein Vater für dich. And I know he tells me, as I'm working with him, that you would talk to him an awful lot about your personal situation. Und er sagt, dass du sehr viel mit ihm redest über deine persönliche Situation. Und du hast viel darüber geredet, was mit dir los ist, was in der Beziehung mit deinem Vater und mit dem Rest der Familie los ist. Und er sagt, dass er immer noch um dich herum ist. Because he's telling me, it feels very much as though you don't have anyone to talk to now. Denn es fühlt sich sehr so an, als ob du jetzt nicht richtig jemanden hast, um drüber zu reden. About the responsibilities that you actually feel in life. Über die Verantwortung, die du fühlst in deinem Leben. And this gentleman actually says to me, that the only responsibilities you have is to look after yourself. Und dieser Herr, der sagt, deine eigene Verantwortung ist nur, dich um dich selber zu kümmern. Und das hat er auch gesagt, als er noch hier war. Und es fühlt sich an, als ob das ein Onkel-Vibration ist. Aber er möchte wirklich nur das Gewicht von deinen Schultern nehmen. Because he tells me, from being a very young man, you will have felt this weight. Und er sagt, dass du dieses Gewicht schon, als du sehr klein was gespürt hast. Und er möchte, dass du es abschüttest und dass du glücklich bist und du selbst bist. Do you understand what he's given? Verstehst du das? Ja. And I do actually feel that your uncle, when he was here on the airplane, was very much a man's man. Und dein Onkel, der war sehr männlich, also ein richtiger Mann. And I really don't believe he was comfortable with this. Und der hätte hier dran nicht geglaubt. What do you mean? I don't think he would have believed in this. Er hätte an das hier nicht geglaubt. I think so, he did well, yes. He did? Okay. I actually felt that maybe he didn't. Would you understand for me that he wouldn't have been comfortable to talk about this subject in front of men? Aber er hätte vor Männern nicht gerne über dieses Thema geredet. He was always busy with spiritual things, yes. He did believe in this. Also, der war sehr eine spirituelle Geschichte. Okay, so I stand corrected on that. But you understand for me this man's man, that he actually was. Aber du verstehst, dass er sehr männlich war. And you know, that was very important to him, to be who he was. Und das war sehr wichtig für ihn, um so zu sein, wie er war. And I know that's what he's coming forward to you with, to say, be who you need to be, and not who other people wish you today. Und damit kommt er auch zu dir, sei wer du sein willst und ich, was andere Leute von dir wollen. Und er kommt ganz viel lieber, weil das war jetzt nicht der Typ, der dich in den Arm genommen hat und dich gedrückt hat. But you know how much this gentleman cared for you. Aber du weißt, wie sehr der sich für dich gesorgt hat. And you know how much your uncle loved you. Und du weißt, wie sehr dein Onkel dich lief hat. So, although he's from that side of life now, he is supporting you just as much as he did when he was here. Und auch wenn es jetzt von der anderen Seite des Lebens ist, aber er unterstützt sich immer noch genau so, wie er es vorher gemacht hat. And I know you talk to him, because he's telling me you do. Und du redest mit ihm, weil das wird ihr gesagt, dass du mit ihm redest. So, what I would ask you to do is, when you talk to him and you get thoughts going through your head, accept that that's where it's coming from. Also, wenn du mit ihm redest und du bekommst Gedanken in dein Kopf, dann akzeptiere, dass sie von ihm will. Okay, because you argue with yourself in your head such a lot. Denn du streitest so sehr mit dir selber in deinem Kopf. Okay, so the sensible things that's going through your head are from your uncle. Also, diese ganz sensiblen Sachen, die sind von deinem Onkel, die durch deinen Kopf gehen. And all the questioning is from yourself. Und das Interfragen, das ist von dir selbst. Because he's taking credit for the sensible things. Denn er übernimmt die sensiblen Sachen. And giving you the blame for all the rest. Und gibt dir die Schuld für alles andere. Okay. And you know, your uncle has a lovely, lovely sense of humor. Der hat eine ganz wunderbare Art von Humor. And, you know, he's just laughing and saying, you know, put a smile on your face, go out there and enjoy your life. Und er lacht und sagt, sitz auch ein Lächeln auf dein Gesicht, geh raus und erfreu dich am Leben. Okay. Do you understand the information I've given you in the message? Okay, thank you for speaking to me. Danke, dass du mir nicht redet hast. I have another young man... I think I should stand still. It's not your fault. It's something. I have another young man making contact with me. And he seems to be taking me a bit of a dance here. I'm not sure where he's taken me. But I'm very aware that this young man's passing into the spirit world would have been his own choice. He would have actually taken his life. Translation. Sorry? I have to translate. What was the last thing that you said? He took his own mind. Und der hat sein eigenes Leben gelebt. Genommen. Genommen. Selbstmord. Oh, der hat sich sein Leben genommen. Did you get that? Now we got it. Okay. So, he's telling me he took his own life. And this young man was very, very confused before he's gone over to the spirit world. And I'm not quite sure where he wants to go. Er hat sich sein Leben genommen und er war am Ende, kurz bevor er rübergegangen ist, war er sehr verwirrt. Okay, so, can I work with you just a few minutes? Yes, because he's not giving me a direction. I would think it could be for me. Could be for you? Yeah. Okay. He's making me aware here, and that could be right. That's maybe why I'm not guessing the direction. And that could be right. That's maybe why I'm not guessing the direction. But he's making me aware that he was very, very confused in his mind before he's gone over to the spirit world. Er war sehr verwirrt, bevor er rübergegangen ist zu Gaston. And I do actually feel that this young man was actually involved with some type of substance before he's gone over to the spirit world. Also, der hat irgendetwas benutzt, irgendeine Droge hat er benutzt, bevor er rübergegangen ist zu Gaston. Er ist die Gewalt. Would you understand that? Eventually. Du hast verstehen. Eventually. Okay. Would you understand that? I wouldn't know. You wouldn't know? I wouldn't know. I wouldn't know. The depression and his sadness here. Yeah. You right? Yeah. Okay. Thank you. I know his depression and his sadness totally, totally overtooking. And it very much feels as though whatever substance he was taking was very much to do with where he was and how he was feeling. And as he's talking to me here, I know very much that whatever anybody tried to do to help him and support him really didn't help at all. And I know with him there's a lot and lots of questions for the people that were left here. What else could they have done? And I know he comes forward to say, everybody tried everything they could. There was nothing anybody could do. Because his mind was so confused, that he just not, could not get any logic at all. That he just not, could not get any logic at all. So I know he's saying to his family and his close friends that this was his choice. Also er sagt zu seiner Familie und zu seinen eigenen Freunden, dass es seine Wahl war. And for him it was the right choice. Und für ihn war das die richtige Wahl. He's very much aware it wasn't the right choice for his family, but for him it was what? It was right for him. Für ihn war das richtig, nicht? Das fand ich die richtige Wahl für die Familie, aber für ihn schon. Und er weiß, dass er die Kinder sehr viel Eindrüst hat aus seiner Familie. Und er weiß, dass er die Kinder sehr viel Eindrüst hat aus seiner Familie. Er ist wirklich, dass sie wissen, dass er aus dieser Situation von jetzt raus ist. Und dass er damals keinen Weg davon sehen konnte. Und I'm very much aware that some of the people that were around him at the time were not helping him. Und einige Leute, die um ihn herum waren zu der Zeit, die haben ihm nicht wirklich geholfen. You know, his family was trying to move him away from the people that he was mixing with, but it didn't work. Ja, die Familie versuchte, ihn ein bisschen fern zu halten von ihm, aber das hat nicht funktioniert. And he just wants to come forward and say, you know, I had to do this for me, but it doesn't mean to say, I didn't love my family. Und er kommt jetzt nach vorne und er sagt, ich muss das machen für mich selbst, aber das bedeutet nicht, dass ich meinen Vater nicht gebe. So, I know if you can take that sentiment and you can pass that on. I will. Hopefully, ich kann's dir das durchgeben. Because it does feel as though his close family, you know, you can talk to and you can explain that to him. Also, wenn du eine neue Familie bist, wenn du auch denen, denen du das erklären kannst. Try. Und bevor er sich mit den Leuten umgeben hat, mit denen er sich im Ende umgeben hat, war er ein sehr anderer Mensch, anderer Junge oder Mann. Und er sagt, bitte erinnert euch an mich, wie ich war. Und er weiß, dass eine Familie ein Bild von ihm hat. Und das war bevor er diese Depression bekam. Es war immer wieder. Und er sagt, dass er wirklich glücklich war. Und er sagt, dass das wie ich mich selbst erinnert mich. Und er sagt, dass ich michかった möchte. Und ich weiß, dass er das ist. Und ich weiß, dass er die wäre. Und er muss ich eine Nachricht. Vielen Dank. Das ist ein ziemlich kleiner Herr. Für einen Mann ist er ziemlich klein. Und ich muss sagen, er hat die rosigsten Wangen, die man jemals hätte sehen können. Und er kommt so schnell rein, um Hallo zu sagen. Und ich weiß, dass er im Leben wirklich sehr aktiv und sehr pushy ist und einfach voll von Energie. Und ich weiß, als er kommt, er sagt, er sollte dir seinen Lieben geben, aber er ist nicht. Und er sollte dir seinen Lieben geben, aber er macht er nicht. Because he's saying, he never gave you his love when he was here. You just knew he loved you. Und er hat dir seine Liebe nicht gegeben, du wusstest ganz einfach, dass er dich liebt. Also er sagt, dass er das genau, das er jetzt macht. Und ich weiß, dass du mir gesagt hast, dass du mein Vater denkst, dass du mein Vater bist. But I know this gentleman, when he was here, loved to be outdoors. Also du hast jetzt gesagt, dass du denkst, dass es dein Vater ist. Und dieser Herr, der war gerne draußen. I know he's telling me, I know he's telling me here, you're far sooner be outdoors than inside. Er wäre viel lieber draußen gewesen oder ist immer lieber draußen gewesen als drin. Kann das auch Bruno sein? Könnte aus wie Herr Anke. We might draw a lottery ticket for who it is in a minute. Vielleicht kaufen wir ein für die Lotterien ticket. Also sie fühlt, dass sie nicht mit deinem Vater ist. Also das ist dein Onkel. Und wenn er sein Bett draußen hin hätte stellen können, dann hätte er das gemacht. Denn da war er gerne. Und er sagt, er hat angebetet, um rauszugehen. Und er hat sich die Sterne nachts anzugucken. Und er hat nicht gerne in vier Wänden eingeschlossen. Und er lacht und er sagt, du solltest auch mal ein bisschen näher rausgehen. Und er gibt dir Laufschuhe, weil er findet, dass du auch unter den Sternen laufen gehen solltest. Und er sagt, dass du letztens ein bisschen böse warst. Und du bist nicht so aktiv gewesen, wie du sonst immer warst. Wirklich, ja. Ja, das ist so gut. Meistens kommen Leute durch und sagen, mach endlich mal eine Pause. Aber er kommt durch und sagt, jetzt hört, die Pause ist vorbei. Aber dein Onkel hat eine ganz wunderbare Art für Humor. Und, you know, I think it used to be quite difficult to get him to be serious. Und es war sehr schwierig, um ihn mal ernst zu kriegen. But I know, as he got closer to the end of his life, Aber je näher er zum Ende seines Lebens gekommen ist, he's telling me he got grumpy. Dann ist er ein bisschen grummelig geworden. And he's telling me he got very grumpy. Und er ist sehr grummelig geworden. Und, you know, it didn't bother him in the slightest. Because he was the type of gentleman, if you like me, you like me. If you don't, you don't. And I know I need to come say hello to your man from him also. And I know he tells me that you're as bad as she is. You should get your walking shoes on. Because he tells me that if I go back a few years, you used to do a lot of walking. And he gives me the impression that you thoroughly, thoroughly enjoyed just walking around the mountains and the lakes. Und er schlägt dir vor, dass dir das wirklich sehr viel Spaß gemacht hat, um in den Bergen rumzulaufen und am Seen rumzulaufen. Und er schlägt dir vor, dass dir das helfen würde. Also, er ist gerade dann nicht beschäftigt, um viel Papierarbeit zu machen, um Dinge um euer Wunden, um euer Zuhause zusammen zu tun. Und er sagt, ihr müsst euch um diese Dinge kümmern und Probleme auflösen. Und er macht mich fühlen, dass das eine ziemlich große Anstrengung für euch gewesen ist. Und das ist eine ziemlich große Anstrengung für euch. Aber er sagt auch, das ist sehr wichtig, dass ihr das macht. Und er sagt, now you've done that. Und jetzt, wo ihr das gemacht habt, und now you're almost at the point where everything's been done and completed. und wenn ihr dann an dem Punkt seid, wo alles fertig ist und komplett ist, he's going to get you walking again. Aber ich schwimme doch anstatt du laufen. Sie swims. Und du wachst und schwimmst. Well, he's telling you to walk. Wenn er was brauchen soll. I know that, just before I finish the contact with you, I know you have been getting stuff from the spirit world. Information from the spirit world. Information von der geistigen Welt. And I know this is right. Und sie weiß, dass es richtig ist. And it feels very much as though your uncle also is aware of this and just saying, keep writing. Oh, dass du schreibst, sagt er. She's not writing. You are not writing. Well, what I suggest you do is sit down with a paper and a pen. Dann schlägt sie dich vor, dich zur Augen zu setzen mit Papier und einem Stift. Because I do actually feel that you will be doing that. Sie fühlt, dass du das machen wirst. Okay. So, I just feel your uncle is saying, just go with what you're getting. Also, dein Onkel sagt, mach das, nimm das, was du bekommen kannst. Okay. Because I know that energy is very good. Denn diese Energie is für dich sehr gut. Okay. You understand what I've given you. Verstehst du, was Sie gesagt haben? Nein, nein. Ja, ich verstehe. Danke. 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 Well, I always know where I'm going because I'm looking at somebody and I'm looking with the gentleman with the scarf around his neck. Also, sie schaut mit, den Herrn auch mit dem Schal um den Hals. Good evening. Ja? Ja. Guten Abend. You know, I always thought it was ladies that forgot what they put on in the morning. Sie dachte, dass es Frauen und sie vergessen, was sie sich angezogen haben am Morgen. But it looks as though gentlemen do the same. Aber Männer machen das scheinbar auch. Ich wurde von ihr angezogen und dann habe ich sie an ihr Kohl wahrgenommen. Und als sie steps forward, I know this lady had been bedridden before she'd gone over to the spirit world. Und der Dame, der ging es schlecht, bevor sie übergegangen ist, wie das gewählt. Because I know she's needing to be cared for and looked after. Und es muss mich an, wie ich mich auch noch am Morgen. Und I'm feeling very much as though I'm linking to you with a mother. Would you understand mother and spirit al? Ich hatte das koffer von Mutter, aber es war die an disabled. Aber ich habe die anderen Namen und den Ursprung. Ja. Ja? Ja? Like my mother. Okay. I'm just feeling, I'm feeling as though I'm connected. I'm a mother energy. And would you do the end of it? Never mind. Und Sie verstehen für mich, dass sie nicht mehr möglich war, dass sie sich um mich selbst gekümmert hat, bevor sie übergegangen ist. Denn sie sagt, dass du mir geholfen hast, sich um sie zu kümmern. Und sie sagt mir, dass sie total beratet auf die Menschen, die für sie kümmern waren. Sie waren völlig abhängig von den Leuten, die um sie um sie zu kümmern. Und ich weiß, dass das für sie sehr schwierig war, weil ich jemanden, die sehr independent war, bevor sie um sie zu kümmern wurde. Das war sehr schwierig für Sie, weil das ist eine Frage, die sehr unabhängig war, bevor sie um sie zu kümmern wurde. Sie verstehen das für mich. Was willst du das? Do you have a name? I'm afraid I have a word with names. I have no name. Okay. But you understand what I have given you. And as she is working with me there, it seems very much as though there is a hospital connection with her as well. And I don't feel she passed in hospital, but I do feel this lady had been in hospital for treatment. Also, ich weiß nicht, ob sie auch wirklich im Krankenhaus gestorben ist, aber sie hat auf jeden Fall eine Behandlung gehabt im Krankenhaus. Ja. Im Altenheim ist sie gestorben, sie war im Krankenhaus, aber zur Behandlung kurz vorher. Entschuldigung. Sie ist im Altenheim gestorben, aber vorher war sie im Krankenhaus, ja. Und ich weiß, dass diese Frau sehr gut fühlt, dass sie, bevor sie in der Heiligen Welt übergegangen ist, dass sie nicht mehr da war und dass sie schon halb in der geistigen Welt war. Because I know when she's gone to the spirit world, it's been a release on all levels. Und als sie wohl übergangst da war, ist ein응атель. Und sie möchte dir sagen, dass sie diese Hilfe von dir, die du ihr gegeben hast, dass sie etwas geholfen hat, rüberzugeben. Und wenn ich frage, was hat er eigentlich gemacht, dann sagt sie, ja, wir wollten dann rübergehen in die andere Welt. Und ich weiß, dass sie sehr bedanken für das, was du getan hast auf diesem Level. Denn die Energie, die du ihr gegeben hast, die hat den Rübergang wirklich sehr geholfen. Und ich weiß, dass sie zu mir sagt, was du für die Menschen an diesem Level machst, dass du nicht die Freiheit, die du den Leuten damit gibst. Und wenn du Leuten, was du mit Leuten machst, da weißt du eigentlich gar nicht, was für einen Frieden du den Leuten damit gibst. Und sie ist so eine wunderbare Dame. Eine sehr starke Dame. A very strong mind. Und sehr starker Geist. So, I know, as her mind is deteriorated, it has been very sad to watch. Also, es war sehr traurig zu beobachten, wie ihr Geist immer mehr weggeht. Aber sie kommt vor allem mit ganz viel Liebe für dich. Und ganz viel Dankeschön. Und ganz viel Dankeschön. So, bless you and thank you. Also, segne dich und danke. It's time. So, I hope you've enjoyed our last three quarters of an hour together. Also, hoffentlich habt ihr euch erfreut an der letzten drei Viertelstimme zusammen. And if you've had a message this weekend from your family that you really wanted to hear from, then embrace them. Und wenn ihr eine Botschaft bekommen habt von eurer Familie, die ihr dieses Wochenende dann umanzieht. But I'm sure you've all still got family in the spirit world that you haven't heard from, because there hasn't been enough time. Aber sie ist sich ganz sicher, dass es auch Leute gibt in der geistigen Welt, die noch nicht mit euch reden konnten, weil es nicht genug Zeit war. So, the ones you haven't heard from, ladies and gentlemen, send them an extra love. Also, diejenigen, von denen ihr nichts gehört habt, sendet ihnen noch extra Liebe. An extra embrace. Und eine extra Umarmung. Because they will have been here, joining with you all through the weekend, because the vibration of love never dies. Denn sie waren wahrscheinlich hier und waren das ganze Wochenende bei euch, weil die Vibration der Liebe, die stört nie. Und die Erinnerungen in eurem Herzen, die ihr habt, an die Familie, die behalten sie natürlich auch. So, thank you for working with me. And good afternoon. Danke, dass ihr mich liebt. Danke. Talk. Auch zusammen. Tage geht Dir den Ki. Spaß. I